Du sollst nicht unbedingt alle da ziehen und bist sozusagen der, der ganz vorne mit dem starken Seil steht und alle über den Berg jetzt drüber zieht, sondern eher so dahinter und dirigierend und vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ab und so mal ein bisschen andrücken. Aber was da noch ganz, finde ich, wichtig dazu ist, jetzt stehst du zwar vielleicht eben hinter dem Team, aber du musst trotzdem oft die, auf Englisch die Roadblocks, also eben die Hindernisse und die Störungen aus dem Weg räumen für das Team. Und das ist oft unter Anführungszeichen sehr leicht, weil du eben diesen großen Überblick hast, weil du weißt, wer könnte jetzt irgendwie von anderen Teams, wer könnte dafür sorgen, dass dieser Stein dort entfernt wird, der vielleicht die Arbeit gerade super schwer macht und die anderen sehen vielleicht gar nicht, dass das ein Stein ist, den man einfach wegheben könnte, weil sie irgendwie so drin sind in ihrer Arbeit. Also da ein gutes Gehör zu haben für, wo liegen Probleme, die vielleicht mit der richtigen Perspektive ganz leicht sind zu entfernen und die die Arbeit total viel leichter machen. Das war jetzt sehr schön formuliert. Aber einfach, das finde ich, einen ganz wichtigen Aspekt und eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskraft. Schau, dass deine Leute so gut wie möglich ins Arbeiten kommen. Und das heißt eben meistens, schau, dass die Probleme weg sind, dass die sich um das kümmern können, was ihre Kernaufgabe ist. Und nicht um irgendwie außenrum, um irgendwelche Dinge herumarbeiten, die dort halt aus historischen Gründen sind und einfach nur im Weg sind, Zeit, Mühe und dann auch Frust erzeugen, wenn es die ganze Zeit darum geht, da über irgendwelche Sachen herumzuarbeiten. Und das heißt ebenso, dass die Leute so gut wie möglich sind und die Leute so gut wie möglich sind.